Hallo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute befinde ich mich im Klingentrails hinter mir die geile Sprünge mit dabei ist Chris also endlich zusammen fahren megawetter und jetzt ist ziemlich früh haben wir 10 Uhr hinten hinten sind so ein paar wilde high sky Sprünge das ist heute meine target hier und ich hoffe alles wird gut ich wünsche euch viel spaß mit dem video und jetzt nehme ich euch mit auf dem gopro so erstmal hier warm up mit dem blauen strecke oh ready okay let's go boom super spaß so jump 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 krass nice bisschen schneller aber hier am Ende ist es schön ja schon floi ready willst du fahren? ja fahr rechts oder? ne ich glaube ich muss schneller sein oder fahr du mal vor ich komme hinterher ein bisschen Abstand geht ok ach alter diese hey alter diese diese Ritzer so jetzt machen wir dritte mal die High Sky Line finde ich mega geil aber brauche ich mehr Speed und die Ritzel unten sind bisschen die letzte zwei überspringen etwas durch bisschen aber ja ja kommst du durch ja ne? ja 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 jetzt mal dieses mal geschafft jihuuu aber jetzt hat das bon gemacht also der High Sky Line muss richtig so der Sky High Line muss richtig mit lieber mit mehr Speed dann kommt man einfach kommt man da drauf schafft man locker lieber mehr Speed als weniger dann ist schon ein Gefühl ok 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 Wooh! Da ja, Chile! Oh, Inge! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020